Ach Philipp, Junge. Luca ist da. Ah, ist am Start. Ja, dort hat direkt einen Sub da gelassen im neunten. Ja. Oh. Ich glaube, wir haben einen Cheater im Gegner-Team. Äh, hast du nicht gerade gesagt, auf keinen Fall treffen wir einen Cheater direkt? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay, der ist so schlecht. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn nur gedauern. Du warst das. Ist das jetzt ernsthaft? Ach, der egal. Wir haben das erste Match gegen einen Cheater. Wir haben gerade über Cheater geredet und die Scheu ist viel zu gering, jetzt einen zu kriegen. Ich glaub, ihn zu blenden bringt nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Doch immer jeden gepickt hat. Nein, er hat no Flash. Er ist hier. Hey, Bro! Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Verpisst euch, Mann. Wirklich. Dixer, Alter. Warum will er denn jetzt auch geiern? Ich versteh's. Oh mein Gott, du bist so tot, Junge. Ja. Oh, ein Sloth. Ja, Digga. Halt, halt. Das ist gar nicht Dima ausführen, oder doch? Nein, das ist Philipp. Ach, was ist denn mit den Bastern? Was schreibt der da? Der Dino ist nicht danach Sloth. Nach der Runde. Nein, der kommt von da. Mir steht die ganze Zeit, don't hurt your allies, Mann. Der ist schon gestorben. Nein. Er hat sich durch den Schiff geklebt. Er ist kalt. Ich hab einen gesaugt, ne? Oh mein Gott. Ich glaub, der... War der down? Der Tieter war down. Er muss revived, Digga. Die reifen ihn. Die wollen gewinnen. Die brauchen Elo. Guck mal, was ist weg? Der schreibt die ganze Zeit das rein. Jungs und Mädels, heute Emeralds hab ich gehört. Ja. Für mich glaub ich eher nicht. Ey, ich bin topfrick. Mein erster Donut heute. Ja, ich hab den Cheater gekillt. Easy. Komm, sag IP. Ja, der will meinen IP. Soll mich die DDoS in der Runde so einen Sola machen? Wie dumm ist das denn? Einer will dich DDoS und sagt, komm, sag mir deinen IP. So, Jünger, wenn du mich DDoS willst, dann holst du ihn doch, du Buster. Komm, soll ich dir das sagen? Ja, wenn irgendwas passiert, dann bring das zur Polizei. Ich bin gedownwürgt. Warte mal ganz kurz. Entweder der holt mich oder ich hol ihn. Er ist bei mir, Jungs. Er ist hier, wo uns. Er wirft ein C4. Ich lasse mal hier. Lass richtig laufen. Oh, man kann da oben drauf? What the fuck? Ich lasse mal hier oben drauf. Hier we go. Ich bin in Margret positioniert. How the fuck is he still alive? Die Gunmeer alles voll jetzt. Ey, wie geht's dir? Ist das gemütlich an der Ecke? Freut mich für dich. Ja, ich kann da auch nicht reingehen jetzt, weil da 20 Goose am Fenster sind. Der ist runtergelaufen. Ja, los, der ist. Ja, ich kann hier nichts machen. Scheiß drauf. Bitch, geh mir nicht rein, oder was? Oh, das war nicht so geil. War das der Kait? Weiß ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Red Steps. Nicht so geil. Aber, was ist das? Der tot. Oder? Tot. Ich hab die Füße an nicht. Ist rechts schon drin, glaub ich. Ich hab nix. Ich hatte nix. Fast geacet, Mann. Das war mal knapp, ey. Wo ist es bei dir gewesen, Potter? Ja. Wo ist das? Wie heißt dieser Raum? Da. Spind. Oder Spinde da. Ja, Aroni wieder umarmeln, doch. Das ist grad echt. Die ist eines auf den Mainstests. Einer ist auf den Mainstests. Ja, ich scann was. Mainstests unterm Arsch der Welt. Beide hier. Oh, beide sind da. Die sind lockers. Die müssen rein, wenn du kannst. Ich kann den nicht rein. Die macht die noch destroyed. Stimmt nicht, die war. Stimmt nicht, stimmt nicht. Stimmt nicht. Oh mein Gott. Ich hab mich nicht stunden in einem anderen Gebäude cold inside. Ja, der ist immer noch oben. Einer ist noch drin. Ey, einer ist schon drin. Einer drin. Okay. Bro. One friendly operator remaining. Ist so geil, Bro. Da ist ein Schöp. Das ist halt nur rein spazieren, irgendwie. Ja, bloß jemand hat's geworfen. Nein, die ist schon längst aktiviert worden. Ganz kurz, warte mal. Er steppt hier ganz klos bei mir. Oben. Einer ping. Putsch dich vor. Oben oder unten? Einer kommt jetzt oben entlang. Yellow. Einer hier. Auf einer ping. Hat ich camp. Niemals. Nein, der hat sich geduckt, Mann. Also ich hab mal den Chip geworfen. Die läuft. Ich hab die Länger schon geworfen. Ich weiß auch nicht, wie die die kaputt machen haben wollen. Ich krieg die Schulterschmerzen. Irgendwie in den Nacken schmissen. Wollte ich eindrehen? Ja. Warum ist das da offen? Noch nicht gesehen, dass einer von da hält. Ich hab noch nicht gesehen. Oh, der Top-Frag. Spielen die so komisch. Ey, lass mal B gehen, bitte. Die ist schon offen und so. Einer ist jetzt geil. Wir haben einen Attack gewonnen, Alter. Der kam doch auch von da, der Bandit. Der kam von da rüber, gerannt zu euch. Dazu, ich kann holen. Sophia ist Printers. Sophia pusht vor. Auf einer ping. Hinter den schwarzen Boxen. Sophia hinter den schwarzen Boxen. Marvin, schnell genug ist, kann er mich noch holen. Marvin, hallo? Oh mein Gott, du hast gar keine Anzeige mehr. Äh, push vor. Ich lauf um mein Leben. Auf einer ping. Ist vorgepusht. Ich seh sie nicht mehr. Das pique ich nicht mehr. Das ist ein bisschen slow. Ey, Red's, der ist. Red's, der ist ja. Ich bin abgehauen, Digga, weil ich geflasht wurde. Ich hab mich angekillt, Junge. Was für ist nix. Der Quarbank. Ein HP. Ich bin auch nur One-Header. One more way. Ist drin. Links. Nee, ist keiner, komm. Was ist das denn? Ja, jetzt sind die... Okay, das haben die gewonnen. Wir ficken das nicht mehr. Ja, wir machen das nicht mehr. Ja. 4-4. Ich hab's gesagt. Jedes Match, was wir spielen, wird 4-4. Jedes einzelne. Die Sache ist, wir... Wir spielen meistens 0-3. Dann holen wir auf 3. Drei push ins Overtime. Gehen dann in 4-4. Und verlieren dann auch 4-5. Das machen wir wirklich so oft. Das ist also eigentlich schon beeindruckend. Ich mein, dieses Match lief für mich ganz gut. Ich hab eigentlich ganz gut gespielt. Hat doch eigentlich ganz viel Spaß gemacht, das Match. Nur, ich will halt ein bisschen Elo dazu haben. Das ist halt mein Problem. Wagens von dem C4, Alter. Und wir dann einfach zurück hoch. Hier. Wo? Einer ist hochgelaufen. Bei C-Side, oder wie es heißt. Akkord. Uah. Ist der schon hier drin? Ja, meinen Kern halten. Okay, dann geht er nicht rüber. Hier ist einer. Ich will die mein Timing. Schade, Jungs. War ein schönes Match, aber... Naja, komm. Ist gleich hinter dir. Ich bin auf 5 App. Ja, okay. We have been eliminated. Digga, Rainbow ist so ein anstrengendes Game. Ich hab so Kopfschmerzen. Ja, ich hab auch. Holy shit, Mann, Alter. Ich hab so Kopfschmerzen. 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 Ich hab so Kopfschmerzen.